Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tenshue 2. Ach, nicht Tenshue 2, sondern Tenshue Stealth Assassins. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier angekommen in dem Grenzdorf. Und wir sollen eine wichtige Nachricht über die Gänze bringen. Und genau, da sollen wir jetzt ungemerkt durchkommen. Und da würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier. Ich wähle mal meine Items aus. Ah, was ist das denn hier? Das ist was Neues. Ah, das ist ein, äh, Moment mal. Das hier ist ein Booster für Angriff und Verteidigung. Cool, auf jeden Fall cool. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an hier. Ich schau mal, äh, ja, wie ich das Level zu meistern werde. Und genau, äh, heute ausnahmsweise mal eine Sonntagsfolge von mir, weil morgens Weihnachten. Und genau, ha. Schauen wir mal. Bitte stoppe, gerade wo du bist. You seem to be in great haste for such a late hour. Where are you going? The night is no time for a woman to be training. Stand aside. The only way across this checkpoint is through me. Now, why don't you be a good little boy and tell me where you're going and why? Oh mein Gott, direkt ein Kampf. Okay, was soll das denn? Direkt an einem Level, am Beginn, am Start von einem Level, okay? Okay, jetzt direkt mal Schuriken in die Fresse. Und hier. Yes, geschafft. Okay. I have failed. You are a skilled and honorable opponent. It is a shame that fate denied you the chance to be a happy ordinary woman. All I need to do is make it to the other side. Genau, das ist unser Missionsziel. Wir sollen hier durch die Grenze gehen. Genau. Und da schaue ich jetzt mal hier. Wieder mit einer schönen Musik. Und genau. Schaue ich mal hier, was jetzt hier so abgeht. Genau, wie gesagt, das ist ein Tag vor Weihnachten. Und mache ich noch eine spontane Aufnahme hier. Und genau. Würde ich sagen. Schaue ich einfach mal jetzt hier, wo der nächste Gegner ist. Und da. Da ist der nächste Gegner. Okay. Komm, lauf, 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 lauf. Sehr schön. So. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Da ist doch der. Da. Da vorne ist einer. Okay, sehr schön. Ja, die letzten paar Tage sind keine Videos von mir hochgekommen. Weil ich doch sehr viel zu tun hatte privat. Und ja, genau. Darf daher jetzt diese Sonntagsfolge auch. Und genau. Dann warte ich jetzt mal, bis der sich da vorne rumdreht. Schöne Musik wieder hier. Der dreht sich, glaube ich, nur in zwei Richtungen. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, dann seht ihr mich halt. Das ist ein bisschen blöd. Ja, jetzt. Okay. Jetzt, 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 jetzt. Zack. So. Okay, was haben wir hier? Ja, wir sind in der, an der Grenze zu Japan. Und wir sollen... Ah, shit. Da ist ein Tier. Ah, ich habe einen Schuriken eben verballert. Das ist blöd. Aber naja, ist egal. Oh mein Gott, da ist direkt noch ein Gegner. Shit. Oh mein Gott, der ist bestimmt da unten, ne? Ah, wo ist der denn? Ach, da ist der. Okay. Alles klar. Und, ja, den kann ich killen. Da ist direkt noch einer. Ja, scheiße, der hat mich entdeckt. Fuck. Oh man, Alter. So, komm schon. Lauf hinter den Baum. So. Ei, nein. So, jetzt. So, da ist der. Alles klar. Mal wieder abwarten, bis der sich rumdreht. Und genau. Jo. Gibt es sonst eigentlich... Ah, okay. Ich wollte eben sagen, es gibt sonst nicht viel zu sagen. Prompt. Seht der den anderen Gegner da vorne, ne? So. Noch einer. Okay. Er sieht noch einen Gegner. Da unten. Der hat es auf die Leichen abgesehen. Er ist der Leichenschänder. So, genau. Ja, sehr schönes Level. Wieder mit typisch japanischer Musik. Ja, schauen wir mal. So, gehen wir hier drauf, um den dann zu töten. Ah, komm schon. Ah, Soundbox. Komm schon und zack. Und tschüss, mein Freund. Du hast mich entdeckt und deswegen musst du sterben. Das ist das Motto von Rikimaru. Jeder, der innen entdeckt, muss sterben. Ah. Scheiße, wo denn? Oh. Da vorne wieder. Ist schon der nächste Gegner. Oh shit, man. Wieder einer mit mir schwer. Ja. Ah, er hat eine Leiche gesehen. Okay. So. Dann gehen wir wieder zurück. Das geht so schnell hier mit dem Entdecken. Das ist irgendwie... Ja. Der rennt nämlich jetzt einfach so in meine Richtung. Und hat mich entdeckt. Super toll. Scheiße. Oh, es ruckelt wieder. Scheiße. So, dann. Ja, ich kill den so. Ist jetzt egal. Dann kill ich den jetzt so. Zack. Zack. So, tschüss. Und ja. Schon wieder entdeckt worden hier. Also das Spiel ist wirklich nicht einfach. Auf keinen Fall. Und ja. Die Karte ist wieder sehr cool. Man weiß direkt, wo man hin muss. Und richtig. So. Dann schauen wir mal weiter. Was sind das hier für Geräusche? Ist das das Feuer? Ja, das kann sein, ne? So. Ah, hier haben wir wieder eine... Oha, was ist das denn da? Ein Fluss. Oder was das ist? Ja, ein Fluss. Okay. Da natürlich erstmal nicht rein. Ist klar. Und ich kann es mir schon denken, was das hier ist. Das ist eine Fallbrücke, ne? Ah, ne. Doch nicht. Okay. What? Oh, scheiße. Wo denn? Wo denn? Ach, da. Okay. Sehr schön. Zack. So. Den haben wir mal gekillt hier. Ah, da ist direkt doch einer. Mein Gott, nein. Nein. Ah, scheiße. Ich bin zu früh. Zu früh rausgegangen. Ich Idiot. Oh, Mann, ey. Ach, komm schon. Einfach hinter dem Baum hier verstecken. So. Einfach hier hinter verstecken. Ah, nein. So. Oh, Mann. Okay. Okay. Was macht er denn jetzt schon wieder? Ah, okay. Alles klar. So. Dann haben wir's. Oh, Gott. Oh, okay. Alles klar. Shit. So. Okay. Ah, wo ist der? Da ist noch ein Geek. Ja. Die Richtung. Okay, ich seh. Da! Da ist ein Wolf. Okay. Oder ein Hund, oder was das ist? Ich weiß es nicht. Ah, was zur Hölle? Was machst du denn? Na, komm schon. Den muss ich nämlich auch kennen. Und die Sounds ruckeln ein bisschen. Das tut mir auch leid. Aber, ja. Kann ich irgendwie nichts dran machen. Das ist vielleicht auch dem Emulator geschuldet, ne? So. Da können wir runtergehen. Und mach ihn kaputt. So. Alles klar. So. Dann. Da unten ist der nächste schon. Da ist ein Heiltrank. Oh, mein Gott. Den will ich haben, natürlich. Ist klar. Ach, Mensch. So. Komm, 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 komm. Scheiße. Oh, da sind noch mehr. Oh, scheiße. Egal. Das sind nur Bögenschüsse. Die kann ich so kaputt machen. Und. Sick. So. Oh, scheiße, ey. Ich habe ihn schon wieder entdeckt. Noch einer. Alter, was soll denn das? Was soll denn das hier? Da ist noch einer. Oh. Nee. Nimm den Heiltrank. Und hau ab. Können die mich hier durchsehen? Ja, wahrscheinlich. Welche? Ja. Ja. Mensch. Ach, jetzt hau ab. Die sind hier auch irgendwie schneller als ich. Keine Ahnung. Das ist unfair. Der sieht mich immer noch. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich gehe mal in den Fluss hier rein. So. Haben wir jetzt hier wieder das Wasser? Genau. Nee, der sieht mich irgendwie immer noch. Keine Ahnung. Hä? Wo denn noch? Ach, da. Da links. Okay. Da ist noch einer. Toll. Ja, super. Wo ist denn? Hä? Ach, da hinten. Der. Ja. Okay. Alles klar. Boah. Haben wir oft entdeckt worden hier. Aber. Ja. Das ist halt sehr schwer hier. Genau. Jo. Ah. Dreh dich bitte andersrum. Hallo. Hey. So. Hat er sich beruhigt? Ja. Und bei euch so. Alles gut soweit? Bei mir auf jeden Fall. Ich habe jetzt erstmal Urlaub. Bis zum neuen Jahr. Und genau. Schön entspannt. Zuhause. Der dreht sich nicht rum. Das ist das Problem. Ah, Mann. Wie lange willst du noch brauchen hier? Hallo. Kannst du dich mal bitte rumdrehen? Jetzt verarscht er mich hier, ey. Das gibt es ja wohl nicht. Jetzt will er mich hier echt verarschen. Ey, das gibt es ja wohl nicht. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen hänge hier. Aber dieser Typ da, der dreht sich nicht rum. So, jetzt. Und lauf. Rekima. Lauf. Sehr schön. Da ist direkt noch einer. Oh. Was ist das denn? Da ist direkt noch der Bogenschütze. Wer hat mich jetzt entdeckt? Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Na, ist egal. Ist zwar eigentlich ein Linier-Spiel, aber... Ja, ich weiß es halt nicht besser, ne? Pff. So. Oh, hier sind so viele Bogenschützen deshalb. Die Bogenschützen haben halt eine viel höhere Sichtweite, ne? Das ist halt das Problem. Oh, shit. Ich muss einen Heiltrank nehmen. Aber ist egal. Ich habe ja einen gefunden, ne? So. Schauen wir mal weiter. Jetzt hör auf. Ach, da ist noch ein Tier. Okay. Oh, Gott. Da ist noch irgendwas. Ah, da vorne. Da oben. Okay. Alles klar. Ich verstehe. Oh mein Gott. Mir ist ganz schön schwer hier. Alter. Jetzt kommt da noch der Bogenschütze und so. Wie soll man das denn machen? Da oben läuft das Vieh rum? Das scheiß Vieh. Und hier ist der Typ da. Na ja, egal. Ach. Mensch. Jetzt geh weg. Die nerven. Die nerven richtig, ey. So. Ja, toll. Jetzt ist hier wieder so ein... Natürlich dreht die sich genau dann rum. Ach, das ist doch blöd, ey. Was? Wer denn noch? Und das Vieh da oben, okay? Das ist so fies, Alter. Die drehen sich genau rum, wenn du dich gerade anschleifst. Das ist die Schwierigkeit hier in dem Spiel. Ah, ja. Ja, natürlich. Natürlich läuft ein Tier zu einer menschlichen Leiche. Das ist auch so logisch. Jetzt mal ehrlich. Na ja, ist egal. Was macht der denn da? Was ist das überhaupt? Ist das ein Hund? Oder was ist das? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall tot. Ein Tod ist etwas. So. Da war doch hier hinten noch der... Alter. Dieser Bogenschütze. Von wie weit kann der mich entdecken? Wow, da kommt... Wow, Alter. Krass. So. Okay. Okay. Jetzt muss ich hier warten, bis der sich rumdreht. Und dann schnell anschleichen. So. Ah. Mensch. Kann er mich hier sehen? Ich glaube nicht. Ne. Das ist sehr gut. Ach, Junge. Dreh dich doch rum. Aber es ist ja klar, ne. Es ist die Glimpse. Deshalb ist sie auch gesichert, ne. Ist logisch. Grenze zu Japan. Sehr cool, auf jeden Fall. So. Ah, der Penner dreht sich wieder nicht rum, ne. Jetzt dreh dich. Ja, sehr schön. Okay. Alles klar. Dann hole ich mir den jetzt. Hoffentlich. Wenn er sich denn da... Ah. Ah. Ah ja. Okay. Was? So geht das. Okay. Aber ich glaube, da vorne ist Karten. Oder kann man da rein? Oh, hier kann man hin. Okay. Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ich bin ja am... Hä? Okay. Am Anfang, komm. Komm schon. Geh da hoch. Jawoll. Okay. Gut. Dann sind wir wieder am Anfang. Aber wir können jetzt ein bisschen durchlaufen. Weil wir haben ja alle gekillt, ne. Na, komm schon. So. Und hier drüber. So. Waren wir hier auch schon? Ja, waren wir auch schon. Genau. Hier haben wir auch schon alle gekillt. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Äh. Aber krass, dass da eben... Beim Level Anfang schon... Oh mein Gott. Alter, was macht der denn? So. Dass da direkt ein Endgegner war. Ah. Okay. Okay, der schläft. Und tschüss, jetzt bist du tot. Kannst du für immer schlafen. Krass, dass hier direkt am Level Anfang ein Endgegner war. Das gab's beim zweiten Teil auch nicht. Und genau. Jo. Außerdem kamen wir hier wieder hoch. So, geht er hoch. Da ist direkt noch einer irgendwo. Da. Da links. Alles klar, du bist fällig, mein Freund. Gibt's hier... Gibt's hier einen Kill von oben? Ne. Gibt's nicht. Ne. Schade. Ja, das ist diese... Diese Eigenschaft vom ersten Teil. Da gibt's anscheinend nur zwei Kills irgendwie. Aber naja. Ah. So. Okay. Seitenkill. Mal gucken. Ah, ne. Das ist der Sack. Mit dem Seitenkill. Ne. Nicht nur von hinten. Zack. Okay. Ich glaub, dann sind wir fast am Ziel. Dann haben wir's geschafft. Mal wieder. Mal andersrum. So. Oh, was ist das denn hier? Bambus. Bambuswald. Okay. Cool gemacht. So. So. Was haben wir hier noch? Ah, hier unten. Da. Da ist er. So, komm. Lauf, 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 lauf. Und ja. Genau. Da ist direkt noch einer. Da ist ein Heiltrank. Oh, yes. Das ist gut. Oh, man. Ich will den Heiltrank haben. Gib mir den Heiltrank. So. Und. Lauf, 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 lauf. Yes. Geschafft. Nimm den Heiltrank. Geil. Okay. So. Sehr schön. Und. Geh da hoch. Da ist er. Da ist er. Ich hab den gesehen. Da. Und zack. Komm schon. Boah, der wollte mich schon wieder entdecken. Das ist der Penner, ey. Der wollte mich schon wieder sehen. Ha. Wo? Was? Ach, der Bursche. wieder mit seiner übertriebenen Sichtweite, ey. Scheiße, Mann. Dieser scheiß Bogenschütze. Ich hasse diese Bogenschütze mittlerweile in dem Spiel. Die haben eine übertriebene Sichtweite. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Oh, hier unten irgendwo. Ach, da ist der. Da ist irgendwo noch ein Vieh. Und, genau. Und geh runter. Und kill ihn. So. Genau. Wo ist jetzt das Vieh noch? Hier war irgendwo noch ein Tier. Wo ist es rumgejauelt hat. Ich hab's gehört. Da. Ist dieser Hund, oder was das ist? Ja. Den muss ich auch töten. Oh, genau. Ja. Alles klar. Dann. Lauf, 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 lauf. Oh, ey. So. Okay, geschafft. Okay. Ah. Mein, wo, was? Wer denn? Was? Wo? Hey. Da kommt einer. Ja, ich hab ihn gesehen. Scheiße. Hä? Wo denn? Ah, da! Wo kommen... Ey, zwei Stück. Scheiße, Mann. Boah. Wo kommen die denn her? Zwei Leute? Ja, natürlich. Renn mir doch bis ans Ende der Welt nach. Penner. So. Yo. Wo ist denn der andere? Hä? Hallo? Wo ist der? Wer entdeckt mich denn da die ganze Zeit? Ah. Okay. Jetzt ist es vorbei. Alles klar. Der rennt wie wild im Kreis rum. Ist auch nett. Was denn? Wo denn? Hä? Warte. Da. Oh, ey. Was machen die denn hier? Er läuft gegen die Wand. Okay. Ist auch ein bisschen dumm. Aber... Ah. Das sind halt die Gegner bei Tengshu. Die sind dies die Schlausten. So. Dann... Mach mal so. Dreh dich rum. Und töte ihn. Jawohl. Oh. Sehr schön. So. Gehen wir mal weiter hier. Wo war der andere? Hier war noch irgendwo jemand. Ich habe ihn gesehen. Noch irgend so ein Speertyp. Oder was? Hä? Hä? Wo denn? Hä? Wo ist der? Hallo? Wollte ich mich verarschen? Oh. Wo denn? Verdammt nochmal. Wo denn? Ach, da. Okay. Da ist er. Okay. Gehen wir zurück. Schön zurück. Und genau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie oft wurde ich jetzt schon wieder entdeckt? Scheiße. Das reicht garantiert nicht für einen guten Rang. Oh Mann. Da. Da ist er. So. Ah, der steht so rum. Alles klar. Ah nein, ich kann nicht. Wegen dem Bambus. Hä? Komm her. Wo denn? Was denn? Was hast du gesehen, mein Freund? Oh, was? Alter. Oh, ist das krass. Heftig. So, er habe ich zum Glück nicht gesehen durch den Bambuswald. Und zack. Da, weg mit dir. Ich frage mich, was du eben gesehen hast, aber das wirst du wahrscheinlich am besten beantworten können. So, ich bin hier angekommen. Gut, dann schauen wir mal, was hier ist. Ich frage mich, meine Freundin, für ihre Brüder an der Garten. Ihre Freundin war eine wunderschöne Frau. Ich bin in eine Wunderschöne, um zurück zu meinem Meister. Ich frage mich, dass du mir passen kannst. Wie du, ich auch auf eine höhere Autorität antworten antworten. Ich bin Senjuro Akechi, Master of Miojin-Soga-Style-Sourcemanship. Aha, okay. Ah, toll. In the name of the Azuma-Ninja-Clan, I fully accept your challenge. Commence. Ach Gott, noch ein Boss-Fight hier. Alter, Schöne. Gerne. Gasbombe und... Nimm mal das hier. Nimm mal das. So. Ah, okay. Zack, zack. Ah, das macht... Das macht dich heftig stark. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Ah, ich weiß, was das ist. Ah, zurück. Oh mein Gott. Alter. Ah, das ist gut. Das ist so ein Power-Up hier. Das ist so eine Art Power-Up, genau. So, steh auf. Steh auf! Gut, da bist du jetzt fällig. So, geschafft. Ah, es ist ein Ehre, um dich zu verletzten, jemanden wie dich zu töten als du. Ja, wir haben es halt drauf, ne? Du bist ein Master-Swordsman und ein honorer Mann. Es ist ein Schade, dass wir nicht als Mitglieder kämpfen können. Hm, ja, das stimmt wohl. Oh, doch. Großmeister geschafft. Yes, Mann. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und wir haben die Giftflasche bekommen. Das heißt, das Gegengift. Ah, sehr schön. Cool. Da haben wir Großmeister geschafft. Ja, geil. Okay. Ha. Das ist eine Überraschung. Weil wir doch sehr oft entdeckt wurden, 17 Mal. Aber wir haben genug Gegner gekillt. Deshalb. Ah. Ah, wieder Ruckel-Sound, aber gleich nicht mehr. Ah, ah. Ah, ah. With his death, Ichigoya's ledgers were thoroughly examined. The investigation revealed a link between the merchant and a man called Kataoka, Lord Goda's finance minister. Kataoka is abusing his position, accepting bribes in return for assigning city construction projects in similar favors. Kataoka happens to be the son in law of Sekia, one of Lord Goda's most trusted advisors. Lord Goda knows the truth, und könnte Kataoka verabschiedet haben, aber er will nicht, dass er unvergültige Schäme an Sekia bringen will. Entschuldigung als Master's Dilemma, Sekia hat sich selbst entschieden, die Sache zu erledigen und Sie, den korrupten Finanzminister zu erledigen. Ah, okay. Es geht also um einen korrupten Finanzminister von Fürst Goda. Und der ist ein Verwandter, glaube ich, von diesem Sekia, von dem Berater von Fürst Goda. Und genau, den sollen wir jetzt halt im nächsten Level killen. So, dann schauen wir mal. Ah, nee, Schlafgas. Oh, Schlafgas, okay. Interessant. Auf jeden Fall. Und ja, genau. Aber das würde ich sagen, wie wir den killen, das sehen wir das nächste Mal. Ich mache jetzt hier für heute erstmal Schluss. Ich werde das jetzt noch schneiden und wahrscheinlich dann heute Abend noch hochladen oder so. Und genau, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch hiermit frohe Weihnachten. Weil ich werde morgen nicht mehr online sein. Und genau, ich wünsche euch ja viel Zeit mit euren Familien und genießt die Feiertage. Und wir sehen uns dann nach Weihnachten wieder, ne? Alles klar. Dann bis dann, ne? Tschüss. Dann bis dann, ne? Tschüss. Dann bis dann, ne? Tschüss. Vielen Dank.